Pritzwock ist eine Kleinstadt im Landkreis Prignitz im Nordwesten des Landes Brandenburg. Geografie Durch die Stadt fließt die Dürmnitz, ein Nebenfluss der Stepenitz, Ortsteile Altgrüssow, Beweringen, Buchholz samt Sarnow, Falkenhagen, Giesensdorf, Chemnitz, Mesendorf, Sadenbeck, Schönhagen, Seefeld, Steffenshagen und Wilmersdorf. Bestehende Gemeindeteile Birkenfelde, Hasenwinkel, Kammermark, Neuhausen und Neuhof. Geschichte Jungsteinzeit deuten auf vorgeschichtliche Besiedlung zweier vorgermanischer Stämme hin. Germanische Stämme siedelten bis zur germanischen Völkerwanderung und danach slavische Stämme, insbesondere der Kleinstamm der Brisanen. Die Missionierung der Slaven erfolgte seit 948 durch das Bistum Havelberg, das dem Erzbistum Magdeburg unterstellt war. Im Ergebnis der deutsch-slawischen Kämpfe und schließlich des Wendenkreuzzuges im Jahr 1147 wurde die Ortschaft Teil der 1157 gegründeten Mark, Brandenburg und somit Teil des im 10. Jahrhundert gebildeten Heiligen Römischen Reiches. Um 1200 gehörte der Ort zum Herrschaftsbereich des Adelsgeschlechts der ganz edlen Herren zu Putlitz, die als Gründer des 1256 erstmals urkundlich unter dem Namen Pritzwock erwähnten Ortes gelten. Im Jahre 1256 erhielt Pritzwock vom Fürstenhaus der Askarnier das Stadt- und Marktrecht und es wurde mit dem Bau der Stadtkirche Sankt Nikolai begonnen. Im 14. Jahrhundert wurde Pritzwock Mitglied der Hanse und kreisfreie Stadt mit weitreichender Selbstverwaltung, mit Bündnisrechten und Gerichtshoheit. Eine Stadtmauer aus Feldsteinen mit Wehrtürmen und Toranlagen wurde errichtet. Pritzwock entwickelte sich zu einem Knotenpunkt der Handelswege und erhielt 1.364 Dicker Sekunden Mark griffliche Zollprivileg. Im 15. bis 17. Jahrhundert litt Pritzwock stark unter Kriegen und der Pest sowie dem Niedergang der Hanse. So wurde die Stadt zwischen den Jahren 1539 bis 1638 neunmal von der Pest heimgesucht. Auch kam es vor allem in den Jahren 1414 bis 1438 zu kriegerischen Konflikten mit dem nahen Nachbarn der Mark Brandenburg. Erst im 18. Jahrhundert kam es zu einem erneuten wirtschaftlichem Aufschwung und Pritzwock wurde ein Zentrum der Tuch- und Bierherstellung. Nach dem großen Stadtbrand am 1. November 1821 durch den Fass die ganze Stadt zerstört wurde erholte sich die Stadt. 1830 hatte Pritzwock wieder 78 Tuchmacher, darunter Christoph Wilhelm Dräger. Die Industrialisierung begann mit dem Bau der Tuchfabrik Gebrüder Dräger und der Lagerbierbrauerei Hut. Emil Quandt war im Jahre 1878 in die Firma Gebrüder Dräger eingetreten und wurde 1896 deren Inhaber. Als Lieferant von Uniformtuchen wuchs die Firma rasch besonders in Verbindung mit den zwei Weltkriegen bis zur Enteignung der Familie Quandt im Jahre 1945. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Pritzwock zum Verkehrsknotenpunkt mit zwei Bahnlinien. 1884 wurde die Linie Perleberg-Pritzwock-Wittstock durch die Prägnitzer Eisenbahn AG eröffnete und 1887 die Bahnstrecke Mainburg-Neustadt durch die Pölzische Staatsbahn. Am 15. April 1945 kam es durch einen Fliegerangriff auf das Bahnhofsgelände und die dadurch ausgelöste Explosion eines Munitionszuges zu zahlreichen Opfern. Ende 1945 und Anfang 1946 wurden zwölf Jugendliche durch den sowjetischen Geheimdienst NKWD verhaftet und unter Wehrwolf-Vorwurf vom Militärtribunal verurteilt. Bei einem 18-Jährigen wurde das Todesurteil sofort vollstreckt. Fünf kamen im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen um. Das Schicksal der anderen Jugendlichen ist zum Teil unbekannt. Die Gruppe wurde in den 1990er Jahren von der russischen Generalstaatsanwaltschaft rehabilitiert. Pritzwock gehörte 1918 bis 1952 zum Landkreis Ostprygnitz, wurde 1952 Kreisstadt bis es 1993 Teil des Landkreises Prygnitz wurde. 1969 wurde mit der Errichtung des Zahnradwerkes Pritzwock eine neue Phase der Industrialisierung eröffnet. Pritzwock wurde 1993 um Schönhagen Ende 2001 um Giesemsdorf und Ende 2002 um weitere zehn Gemeinden vergrößert. Mit den Eingemeindungen 2002 wurde gleichzeitig das Amt Pritzwock-Land aufgelöst. Bereits am 1. Juli 1950 und am 1. Januar 1974 gab es Eingemeindungen auf dem Gebiet der heutigen Stadt Pritzwock. Politik Die Stadtverordnetenversammlung von Pritzwock besteht aus 22 Stadtverordneten sowie dem jeweiligen Bürgermeister. Die Sitze verteilen sich seit der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wie folgt. Gegenüber der Wahl vom 28. September 2008 gewann die CDU einen Sitz hinzu. Der Kreisbauernverband verlor einen Sitz. Sonst blieb die Sitzverteilung unverändert. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,8 Prozent. Bürgermeister der Stadt ist seit 1990 Wolfgang Brockmann. Er wurde am 11. Oktober 2009 mit 53,4 Prozent der gültigen Stimmen für eine weitere Amtsdauer von acht Jahren wiedergewählt. Seit 2012 ist Roland Thiel sein Stellvertreter. Das Wappen wurde am 7. Januar 1994 genehmigt. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert Blasonierung. Der sogenannte Märkische Adler ist das Wappentier Brandenburgs und symbolisiert die Unabhängigkeit der Stadt und direkten Unterstellung unter den Markgrafen. Wolf und Linde im redenden Wappen werden gedeutet als Versinnbildlichung des Stadtnamens slavischen Ursprungs. Pritzwock übersetzt mit Gehweg Wolf, wobei diese das Heidentum und Christentum symbolisieren könnten. Die Flagge der Stadt ist rot-grün gestreift und mittig mit dem Stadtwappen belegt. Eine Partnerschaft besteht mit der niedersächsischen Stadt Winsen. Kultur und Sehenswürdigkeiten In der Liste der Baudenkmale in Pritzwock stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburgs eingetragenen Baudenkmale. Museen Das Stadt- und Brauereimuseum ist in dem ehemaligen GE und Lagerkeller der Brauerei untergebracht. Es ist aus dem 1954 von Albert Gutke gegründeten Heimatmuseum hervorgegangen, das seinerseits aus der Heimatstube mit Sammlungen von Max Petschelt und Wilhelm Rühe hervorgegangen ist und Bestände aus dem 1945 zerstörten Heimatmuseum im Klosterstift zum Heiligen Grabe übernommen hat. Das Mühlenmuseum Katfelder Mühle präsentiert als technisches Denkmal die Technik einer Getreidemühle aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung informiert über die Geschichte der Wassermühlen in und um Pritzwock, Geschichtsdenkmale Gedenkstein von 1966 im Bürgerpark an den Antifaschisten Ernst Henkel, der an den Folgen der KZ-Haft 1944 starb, Ehrenmal von 1947 für die Opfer des Faschismus im Bürgerpark nahe der Havelberger Straße, Gedenkstätten auf dem Friedhof an der Perleberger Straße für umgekommene polnische Zwangsarbeiter und deutsche Soldaten. Gedenkstätte auf dem Areal des jüdischen Friedhofs U.A. für Hermann Kalmon, der 1938 im KZ Buchenwald ermordet wurde, Bauwerke Rathaus, Sankt Nikolai-Kirche, Reste der Stadtmauer mit halbrundem Turm, Bismarckturm, Mausoleum Quandt, ehemalige Tuchfabrikgeber, Dräger, Villa der ehemaligen Brauerei, Katfelder Mühle, Johann Wolfgang von Goethe-Gymnasium Pritzwock Das Gebäude im Giesensdorfer Weg wurde 1905 als Mädchen- und Knabenschule erbaut. Nach einer umfangreichen Rekonstruktion in den 1990er Jahren sowie einer Gestaltung des Schulgeländes erstrahlt es wieder im alten Glanz. Eine Neueindeckung des Daches erfolgte 2006. Ehemaliges Amtsgericht, ehemalige Landwirtschaftsbank-Poliklinik, die aus dem Mittelalter stammenden Verteidigungsanlagen der Stadt wurden im späten 19. Jahrhundert abgerissen und durch Parkanlagen ersetzt. Diese sind bis heute weitestgehend erhalten und umschließen das Stadtzentrum. Das Pritzwalker Heinholz am Nordrand von Pritzwock ist ein Naherholungsgebiet mit Waldschwimmbad, Wald- und Abenteuerlehrgarten, Streichelse und Skateranlage. Die Prignitzer Eisenbahn GmbH hat vom 1. Juni bis 18. September einen Haltepunkt im Heinholz eingerichtet. Für Rundflüge und sonstige Flugsportaktivitäten stehen insbesondere an den Wochenenden der Flugplatz Pritzwalk-Sommersberg und das Segelfluggelände Pritzwalk-Kammermarkt zur Verfügung. Das Kulturprogramm wird im Wesentlichen durch das Kulturhaus der Stadt Pritzwalk geprägt. Dieses wurde am 21. April 1959 seiner Bestimmung übergeben. Seitdem wurden zahlreiche Musik- und Tanzveranstaltungen durchgeführt. Im Zuge der Umbauarbeiten, die 2003 begann, wurde im oberen Geschoss ein modernes Kino mit 102 Sitzplätzen eingerichtet. Im Ortsteil Kukuk waren die Prignitzer Kukukikas beheimatet. Der Verein, zu dem vorübergehend die meisten brasilianischen Fußballspieler wechselten, Wirtschaft und Infrastruktur. In der Stadt Pritzwalk gibt es zwei Gewerbegebiete. Das Gewerbegebiet Süd ist durch die neue Umgehungsstraße gut angebunden. Dort haben sich neben einigen Autohäusern die örtliche Verkehrsgesellschaft, Großhändler und kleineres Gewerbe angesiedelt. Im Gewerbegebiet Ost sind die Zahnradwerk Pritzwalk GmbH, die Prekogier GmbH, ein Zweiradhändler, ein Reifendienst und weitere Firmen angesiedelt. Das Gewerbegebiet Falkenhagen gehört seit der Gemeindegebietsreform ebenfalls zur Stadt Pritzwalk. Dort haben sich überwiegend Industriebetriebe wie das Unternehmen Gladfelter und die EOP Biodiesel AG angesiedelt. Trotz der günstigen Lage direkt an der Bundesautobahn 24 ist es jedoch nur wenig ausgelastet. E.ON plant an diesem Standort ab dem Frühjahr 2012 den Bau einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff aus Windstrom. Durch dieses Pilotprojekt soll das Erdgasnetz langfristig als Stromspeicher für die wetterabhängigen erneuerbaren Energien genutzt werden. Verkehr der 1886 eröffnete Bahnhof Pritzwalk ist der Knotenpunkt mehrerer Eisenbahnlinien. Über die Bahnstrecke des Prignitz-Expresses besteht mit dem RE6 Anschluss nach Wittenberge und Perleberg sowie nach Wittstock, Neuruppin, Hennigsdorf und Berlin mit der Linie RB74 über die Strecke Mainburg-Neustadt nach Mainburg. Mit der Linie RB73 über die gleiche Strecke nach Küritz und Neustadt. Der Personenverkehr nach Putlitz auf der ausschließlich für Schülerfahrten der Linie VGP70 genutzten Strecke Bahnstrecke Pritzwalk-Sukow wird durch die Eisenbahngesellschaft Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Putlitz-Pritzwalker Eisenbahnförderverein betrieben. Die Einstellung dieser Verbindung war zunächst für Dezember 2012 geplant. Nachdem sich die Stadt Putlitz bereit erklärte, 10.000 Euro zur Streckenabsicherung beizusteuern, wurde der Eisenbahnbetrieb bis zum Fahrplanwechsel 2014 verlängert. Im Gegenzug wurde der Busverkehr Richtung Putlitz leicht ausgedünnt. Zur Entlastung der Innenstadt ist eine Umgehungsstraße um Pritzwalk Ende 2007 fertiggestellt worden. Sie beginnt hinter Chemnitz, überquert die B103 und B189 und führt bis kurz vorm Anschluss an die nördliche B103 Richtung Rostock. In Pritzwalk gibt es mehrere Schulen und Ausbildungsstätten. Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule Pritzwalk ist eine Grundschule, welche unter anderem eine flexible Schuleingangsphase bietet. Seit dem Schuljahr 2008-09 befindet sie sich im ehemaligen Gesamtschulgebäude im Osten der Stadt. Herbert-Quandt-Grundschule Pritzwalk Am Johann Wolfgang von Goethe-Gymnasium besteht seit den 1950er Jahren eine Abiturausbildung. Das Gymnasium hat seinen Schwerpunkt auf eine mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung gelegt. Die Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft wird intensiviert. Zum Schuljahr 2008-09 wurde ein Ganztagsbetrieb in offener Form eingerichtet. Zum Schuljahr 2019 verbesserten sich die Bedingungen durch den Neubau einer Mensa und von zwei Unterrichtsräumen für den Kreativbereich weiter. Gleichzeitig wurde das gesamte Gebäude vernetzt, sodass von jedem Unterrichtsraum aus moderne Kommunikation möglich ist. Die Freiherr-von-Rucho-Oberschule Pritzwalk ist eine Ganztagsschule und wurde mit Fördermitteln saniert, um die Lernbedingungen zu verbessern. Ein Schwerpunkt der Ausbildung an der Freiherr-von-Rucho-Schule ist der multimediale Einsatz von Computertechnik in allen Bereichen des Unterrichts, sowie das Praxislernen. Die Schule mit dem Sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen Pritzwalk wurde 2008-09 saniert, wodurch sich Lernbedingungen und Umfeld verbesserten. Die Abteilung 2 des Oberstufenzentrums Prignitz bietet diverse Bildungsgänge mit Schwerpunkt Wirtschaft, Verwaltung und Agrarwirtschaft. Die KMG Bildungsakademie GGMBH betreibt in Pritzwalk eine Schule zur Ausbildung von Kranken- und Altenpflegern. Die praktische Ausbildung findet in KMG-Einrichtungen der gesamten Prignitz statt. Die Bildungsgesellschaft MBH Pritzwalk wurde 1991 zur Förderung der beruflichen Ausbildung gegründet. Heute kümmert sie sich neben der Ausbildung schulisch Benachteiligter auch um die berufliche Begabtenförderung in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Brandenburg. Die KMG-Kliniken PLC betreibt in Pritzwalk ein Klinikum mit Schwerpunkten im chirurgischen, gynäkologischen und geriatrischen Bereich. Vor Ort finden sich U.A.R. Fachärzte für Augenerkrankungen, Gynäkologie, Hauterkrankungen, HNO, Kinder sowie Allgemeinmediziner und Zahnärzte. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Ernst Günther Bade, Generalleutnant geboren in Falkenhagen, Solveig Bolduan, deutsche Malerin und Bildhauerin, Gerhard Bollat, Jurist, Politiker und Kunstsammler, Wilhelm Bressort, Politiker, Liane Buhr, Olympiasiegerin, Johannes Garzeus, der Ältere, Theologe, Zacharias Garzeus, Theologe, Historiker, Heinrich Goetke, Ornithologe, Hans-Peter Gensichen, Theologe, Walter Granzo, Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker, geboren in Schönhagen, Hermann von Grauert, Historiker, Heinrich Hellhoff, Kunstmaler, bedeutender Porträtist, Franz John, deutscher Fußballfunktionär und Fotograf, Johannes Mayer, General der Infanterie, geboren in Stepenitz, Günther Quant, Industrieller, Herbert Quant, Industrieller, Paul Schulze, Politiker, Martin Wendt, Politiker, geboren in Schönhagen, Gustav Gotthilf Winkel, Jurist und Harold Icker, Karl Heinrich Gottfried Witte, Pädagoge und Schriftsteller, weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen, Ingeborg Alt, Schriftstellerin, Albert Gutke, Museologe, Familie Quant, deutsche Industriellenfamilie.